Ein schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Niermann, ich leite bei uns im Hause IGUS den Bereich der Linear- und Antriebstechnik und habe Ihnen heute ein weiteres neues Produkt mitgebracht, den SLN Preload, eine Miniaturachse, die sich durch hohe Präzision auszeichnet und die möchte ich gerne ein wenig im Detail vorstellen. Bei unseren Linearachsen der Baureihe SLN 27 gibt es neben einer Low-Cost-Version und dem Standardprogramm, was man hier sieht, eine weitere Variante. Sie zeichnet sich durch besondere Präzision aus, die ist gegeben durch bearbeitete Spindelzapfen, die Kugel gelagert auf beiden Seiten sind. Die Gewindespindel aus Edelstahl kann in verschiedenen Steigungen ausgeführt werden. Zusätzlich hat man die Option, das Höhenspiel am Schlitten einzustellen. Zusätzlich befindet sich im Schlitten eine Vorspannung durch eine Feder, eine axiale Vorspannung, die ein lebenslanges reduziertes Umkehrspiel garantiert. Das ganze System ist sehr kompakt, also für enge Bauräume konzipiert, basiert bei der Schiene auf unserem bewährten Dreilin-N-System mit eloxierten Schienen, ist somit auch komplett korrosionsfrei und durchaus für Bereiche in der Laborautomation und Medizintechnik gedacht.